das heißt herr und ich können uns wieder gegenseitig und die anderen freuen sich ja wieso sowieso ein team mit enrico zusammen das heißt marcus und max die stehen höchstwahrscheinlich auf einer plattform und wir müssen lieber rampen springen und die runterhauten die muss uns mit raketen davon kaputt schießen ja bierbär ja moin grüße gehen los mein lieber willkommen mein stream bierbär so ja schon mal nicht ja ich wusste es nicht mehr für die schon mal hatten soll ja alles gut ich kann mich erinnern ja schon die weile her ja alles gut wir haben ja auch tennis platz dreimal gespielt hier wurde immer dahinter kommt mit dem wacke wollte ich obwohl ich den persönlichen gar nicht so sinnvoll finde damit kommst du mal viel zu weit weg bin gerade so knapp an den regen vorbei das war ein fehler aber fahren können wir beide am besten naja 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 ich habe eine verletzung ich glaube ich bin immer anstatt knapp vorbei wie klose war das jetzt sorry maaah 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 aber doch wieder das weg und das mit dem free six wir haben ja da naja schade ganz ruhig ganz tschuldigung ja ein rekord zu überholt die runde noch mal fucking job im wort ich glaube ich hier dem augen vertreten schon ich habe mich auf max konzentriert aber er hat er wieder gestorben ist ja mein auto ist kaputt auto kaputt natürlich natürlich enrico die war knapp er war sehr knapp ja das war zu kurz jetzt ja okay hier hätte der zweite jetzt in der krieg das ding ist hier kann es ja nicht mal auto wechseln du kommst ja nicht mehr da deswegen fand man die strecke ja auch so gut ja das ist das was ein rieger am besten kann ich bin doch nicht so gut da waren aber auch irgendwie so komische kannten manchmal beim landen ist einfach wie stecken geblieben hat sich von 100 auf 0 abgebremst dann stehen geblieben ich habe auch jetzt immer das probleme ich habe ja auch immer noch ziemlich oben war ja ich habe einen bahnstein vorfall das ist halt so ganz mal nicht die sitze wo unsere auto bei dir im auto nicht was ist wenn man sich immer so tief blicken muss max ja das ist ein kein wenn wie da das immer regelt da kennt sich damit aus das sagt wenn ja ich sag mir der charakter ist wenn ja und sie scheiße aus gut dann schauen wir mal was sie ist bei kriegen das war immer so hier kann man gar nicht autos wechseln ist auch also doch könnte man schon klar kommt zu der hohe über die hochkosten musste aussteigen das jetzt nehmen wir das auch gemacht keine nehmen wir das schon normales okay jetzt ganz ruhig ja da hat mich schon erwischt das ging auch schnell diesmal das ist das verbinden wenn die von zwei seiten kommen du weißt nicht das erste also kriegst du kriegst auch auf jeden fall die gewichtsüberschreitung ich habe auch die zeit ja eine minute also theoretisch kannst du auch das wechseln markus das vier raketen oder so aufgehalten er schießt mit einer auch nicht direkt weg ich weiß halt wie man es macht enrique in der felsen ja mehr als dann vorbei kommen die hoch vom kläden da hast du die gute technik geraten jawohl jetzt genau die rolle bei der richtung gemacht war gut ein seltsamer tag heute käfer wünscht mal jemanden bei so einem spiel ja und was von hinten derweiler weiß dass er so war da der fahrt bei dir das war ein jahr okay die frau bei dem spiel dabei und die muss ist der politik dein der karakter transformieren marcus kannst du verlängern was die zeit weil ich muss aufs klo ja dann verlängern mal kurz bitte also im verlängern bin ich gut oder meine freundin auch ich habe das ist doch die eine runde war es waren zwei ja jeder ernein mal dran war für die eine runde die von w w w w w w w